Und wir werden heute ein Video von Ryder machen. Und diese Leute kennen bestimmt, dass Ryder ein ganz besonderes Spiel ist. Aber wenn man es sich genauer ansieht, dann ist es ja auch schon cool. Aber ich habe irgendwie irgendwas drauf gedrückt, wo ich gar nicht drauf drücken wollte. Und dann ist mir ein Geheimnis reingeflutscht. Und da fand ich es dann sehr komisch. Und wie man das herausfindet, zeige ich euch gleich. Aber erst mal sehen wir weiter. Wie? Das ist ja ein Englieder, aber das ist nur aus Englisch oder Spanisch. Das ist Ryder. Das ist Englisch, Alter, das eigentlich war. Das hat mir ein Kuppel von mir gesagt, der heißt Christian, der so gesagt von meiner Freundin. Ich kann Englisch, Alter. Also von meiner Freundin, du musst du sagen, der fast der Bruder. Ich bin fast der Bruder. Ich bin krank heute. Sein Bruder auch. Das ist vielleicht schade. Schade, ja. Mach mal bitte ein bisschen Licht an. Das ist auch mit. Wir müssen mal wieder kurz da raus. Weil irgendwie bin ich wohl da rausgekommen. Okay, Elisabeth. So, jetzt beginnt ein Video. Los! Passiert! Oh Mann, das war gerade knapp, oder? Ja. Backflip! Woo! Wie den Sprung. Haha. Was ist das so schnell? Ja, mach ich ja. Wow! Woo! Backflip! Backflip! Wie ein Boss. Wie ein Boss, denn ich bin der Boss. Pfff. Krasse Sprung, aber da. Boss, äh. Ja. Ja, ich weiß. Das wird ein Heiler. Wow! Das habe ich noch nie hier nicht. Ich zeige euch gleich, nachdem wir zwei Runden gemacht haben. Aber ich weiß, glaube ich, nicht mehr, wo ich drauf gedrückt habe. Deswegen würden wir jetzt mal gucken. Das Spiel, wenn ihr euch das reinzieht, natürlich, wenn ihr in den Chat rein schreibt, ich, und wenn ihr da schreibt, grüße, ich grüße euch alle nach dem Stream. Okay? Also, wie ein Kramix und Standard-Skill. Ich gucke immer von den GTA-Videos, das ist ja auch, weil, die haben ja... Und übrigens, wenn, ich bin ja auch sieben Jahre alt und mein Kumpel hier acht, der macht ja auch, das ist jetzt mein zweites Video, und wenn ich vierte bin, dann mache ich GTA-Videos, okay? Aber ich mache dann immer noch ein paar Videos von anderen Spielen. Aber GTA spiele ich dann auf dem Playstation. Und da könnt ihr mich dann sehen. Ah! Shit! Shit! Oh, ich bin aber weit rum. Ja. 47. Oh! Das ist mein Tisch gratis, aber wir müssen uns jetzt erstmal in eine Werbung reinziehen. Das ist mein Tisch dumm. Ah! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So, jetzt müssen wir noch ein Kraschhaus. So, jetzt müssen wir... Jetzt spielen wir mal ein anderes Spiel. Und dann... Ist das lieber? Nein! Das Spiel. Super! Kommt jetzt nach dem Video. Tschüss! Euer... Euer... Motherfucker.